Ah Jetzt kann man quasi Weido spielen Wenn man Lust hat Wenn man Lust hat Cool Ja Oder sollte eigentlich El Gore Du alte Sackpfeife Ich hau als El Gore noch schnell um mich Das haben wir noch so lange vorgenommen Aber mach die Waffe bitte weg Ich kann sie nicht mehr sehen Und Rüstung an Richtige Mit dem König Dingens Was ist die Ritterrüstung? Ja Und der Könighaupe Bitte Könighaupe Das da oder die Könighaupe? Die Könighaupe Die Krone Ja die Krone Verdammte Scheiße Der Könighaupe Und jetzt noch ein ritterlicher Anzug Schön Jetzt kannst du gehen Ich brauch noch Handschuhe Okay Okay Äh 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 Ja Entschuldigung Ich muss noch mal so ein bisschen Ich hab Zeit Alles in Ordnung Schönen guten Morgen Lade Wildschirm Dann geh zu El Gore Mach ich Und gib ihn mit Schmackes Richtig mit Schmackes Und auch eine von mir Bitte Von dir geb ich ihm drei sogar In der Wildschirm Oh danke Weil der hat mich am meisten aufgeregt El Gore kriegt's noch Ja Aber wir sind jetzt Königsjuicepack Ja Übel Uns kann keiner mehr was Ich will nicht oder die Thauspark Hoppel Okay ist irgendwie ein scheiß Weg Aber ist okay Zu den Aos 1,2,3 Markus spielt 1,2,3 Markus geht zu El Gore Jetzt gib ihn aber wirklich hier Äh Das muss man jetzt einfach nur Das ist eine Ehrensache Den jetzt zu töten Natürlich Gib ihn Wir haben ihn gesehen Haben wir sie überhaupt Mit einem Freund dabei? Jetzt haben wir nicht mehr Mit einem Freund dabei Oh oh Scheiße Jetzt schauen wir uns Wie du siehst Durch eine ganze Präsentation Auf globalen Warmung Abgeblockt Hehehe Schön Hau ihn Gib ihn Die Fixer Ja jetzt kriegt man ihn Kommt Wenn Service kommt Hier Komm ja jetzt Machst du es schön Seuche So jetzt kriegt er hier Seuche Seuche Jawohl Alles drauf Blutend Und brennen Und brennen Und froschend Sehr schön Schieß doch mal Wichser Da alles kriegt er Irgendwie nie was das mit dem Arsch tritt Und brennen Hör Drei Hör Drei Ich glaube alle ist noch ein bisschen noch ein bisschen schwieriger Sehr schwierig Hör Ich kann nicht heilig Ach ich kann nicht heilig Ah Freundin zu fügen Aber zuerst heilen Sind so doof Ja aber Tue ist Äh holt Stand danach Holt Stan. Stan Lee. Komm her. Oder auf Aua. Schießen zählt nicht. Der hat uns gebitzt nichts. Aua. Oh. Jetzt beschehe. Habe ich doch geblockt. Tja. Einsatz mit X. Das war wohl eher nix. Ja, wir hätten es vorher raffen sollen. Will ich noch mal versuchen. Einen mache ich noch. Einen mache ich noch. Tu es nicht, du Idiot. Holt jetzt erstmal einen Kumpel, du Arschloch. Du Arschloch. Ich bin so gemach. Ich bin so fies. Tu es jetzt. Jetzt kriegt er. Jetzt aber. Ja, aber springt das mal. Natürlich. Gib ihn jetzt. Das wird so großartig sein. Jetzt schauen wir uns, wie du möchtest, sich durch eine ganze Präsentation über global warming. Das macht uns gar nichts. Du kannst nicht mehr abschaffen. Du kannst nicht mehr abschaffen, oder? Ja, irgendwie. Ja, irgendwie. Gib mal Heiltrank. Amus Pitecho. Gut. Das gebe ich mit. Diskus. Da blutet er wenigstens schön die Sau. Schöne. Schöne. Schwert. Schön. Gorr-Kassel. Äh, hä? Proteste den alten Vierpräsidenten. Schön. Jetzt mach die Seuche und dein Kibin. Super. Huah, du. Ach. War ja knapp. Das wurde ich zwar nicht, aber... Na egal. Schön, schön, schön. Schön, schön. So es ist ein Stand-Also. Das ist weg. Melzig Schwert mit Ducke. Ich sehe es so gut, wenn es blitzt. Naja. Zack, zack. Alles geblockt. Schön. Ich bin hittert. Oh. Schieße den Arm. Schieße den Arm. Ja. Oh, das mit Stan-Sons, der verreckt mir. Ja. Das Blut nicht wegmach. Aber den der Mädchen nicht angreifen wird dann, Dildo und sonst. Aber, hau den unteren oder so. Jawohl! Es stirbt doch auch gleich gleich. Hau ihn! Du Idiot! Dummkopf! Was habe ich denn gerade gesagt? Vor 10 Sekunden! Was soll ich denn in der Mitte nicht hauen? Weißt du denn, stirbst du wieder? Weil du den eigentlich umge... Du hattest wie mein Papa! Du hattest wie mein Papa! Du hattest wie mein Papa! Also Fakt ist einfach, dass Markus viel zu blöd ist. Willst du es mal testen? Soll ich es mal machen? Mach mal. Ich mach's komm. Ich probier's mal. So lange nicht gespielt, dass ich auf jeden Fall verkack. Oh, ich weiß die ganzen Tasten schon gar nicht mehr. Guck mal her. Bruder. Vielleicht sollte man auch lieber Kai nehmen, weil der hat ja diese Superfähigkeit, dass er allen Schaden macht. Kai? Der Jude. Ja, aber... Von mir aus. Hehehehe. 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 Was? Oh, da krabbelt eine Spinne, alter. Nett. Jo, wie lockt man auf B? Ah. Ich bin da schon mal gut an. Hehehe. 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 So geht das, Mister. Okay. So. Was wäre jetzt das logisch, der? Dich bluten zu machen. Oder ihn beschneiden. Nett. Weil das ist ja auch ziemlich effektiv, haben wir ja schon gemerkt. Äh. Drücke A, wenn es bleibt. Uuuuut. Zack. Ouuuut. Show. Jetzt erst mal Blobe. Jetzt kann ich noch Blobe machen, weißt du? Mit diese. Hehehe. 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 Das ist echt dämlich, alter. Hehehe. Sag ich doch. Das ist gar nicht so. Ne? Excelsior! Egal, das nächste Mal. Es war nur Test. Nächstes Mal muss sitzen. Nächstes Mal muss sitzen. Nächstes Mal muss sitzen. Es gibt ihm erstmal einen Mana-Trank eben da unten. Kann ich diese Sache selber geben? Da gibt's nur einen Geschwindigkeitstrank oder sowas. Wem? Du, der selber einen Geschwindigkeitstrank noch bist du voll. Hab ich das? Hau dir irgendwas rein. Nicht Mana, so Geschwindigkeit oder Stärke. Ja, ich guck ja grad. Stärke-Trank. Schön. Geht ab. Wirst du die solche machen? Ich weiß nämlich, hab die noch nie gemacht. Kannst du nicht. Warum sagst du mir das nicht? Und dann kriegst du halt den Dildo. Ich war der in der Mitte, der geht immer meistens auf den Sack. Da werden hier an der meisten HP. Äh, der in der Mitte. Aber was machst du denn? Ja. Ja. Die wollen am schnellsten kaputt gehen gleich kaputt machen. Ja. Jetzt kannst du dir ja oben Mana geben. Äh, ja. Oder brauchst du selber Mana? Ne, du brauchst 16 Mana für den Fallregen, gell? Ja. Musst du dir Mana geben. Das geht doch nicht anders. Hä? Warum? Nicht Mana. Mach Trank. Schön. So. Jetzt kannst du es nochmal probieren. Wenn es jetzt nicht sitzt. Das ist jetzt aber. Nur so ein komischem. Wird wohl nix mehr. Wird wohl nix mehr. Alter. Hat aber noch was gebracht, so ein bisschen. Ich bin hit. Hä? Ah, so Kanter. Okay. Ja. Das ist es? Du musst besser machen, als ich. Alter, kann man gar nicht blocken. Gibt's doch nicht. Gibt's doch nicht. Volle Konzentration hier. Aber übel. Ah! Nimm her! Nehmen Sie ihn! Ah! 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 dass wir volle Luschen sind, das Spiel nicht drauf haben und fatale Versager sind. Bist du damit einverstanden? Nee. Ja, was? Nee, willst du es nochmal probieren? Ja, einmal möchte ich noch. Okay, einmal Markus noch. Und dann war es das. Wenn es dann nicht geht, geht es immer totale Megaluschen. Okay. Diesmal gebe ich mir alle Mühe. Nimm aber wieder Stan. Nein. Du sagst das eh nicht. Nimm es mich. Ich würde Kyle. Ich würde Stan nehmen. Nein. Ganz im Ernst. Nein. Ich schaff das. Ich muss mich konzentrieren, nicht ablenkeln. Okay. Ich muss mich konzentrieren. Gore versucht das mit einer Präsentation, aber er scheitert dran. Er scheint dran zu scheitern. Es hat nicht funktioniert. Es funktioniert einfach nicht. Markus kann nichts aufhalten. Er ist total bereit. Volle Konzentration. Was würde er wohl machen? Er bleibt erstmal auf seinem Schwert, aber er schützt zu Fähigkeiten und Diskusblut. Er weiß nicht, was er machen soll. Er versucht es mit einer Beschneidung. Das ist eine sehr, sehr gute Wahl, wie ich finde. Er zögert noch ein wenig und er greift an. Und da ist er auch schon weg. Er hat keinen Penis mehr. Oh mein Gott, wie wird das alles nur enden? Okay, als nächstes ist es kalt dran. Was wird Markus jetzt machen? Okay, er greift erstmal tief in die Tasche. Und was sucht er da? Einen Machtrank. Okay, er versucht es erstmal hier, seinen MP ein bisschen aufzuladen. Okay, okay. Ah, er hat sich doch noch umentschieden für den Golfschläger. Oh, er holt seine Beschützer. Das ist natürlich ein harter Schlag für Markus. Aber er muss nicht lange überlegen. Er weiß schon, was er macht. Und er greift an mit der ägyptischen Blage. Leute, habt ihr sowas schon mal gesehen? Alter, das muss man gesehen haben, so etwas. Meine Güte, geht das hier ab? Okay, die anderen, die alle brennen schon und sind angewidert und bluten. Und Markus macht eine riskante Wahl und er benutzt die Pfeil und Bogen. Wird es ihm gelingen? Höchste Konzentration. Es ist nicht gelungen, so eine Scheiße. Das war der entscheidende Zug für Markus. Ob das jetzt noch was wird, das wissen wir nicht. Das wird eine ziemlich knappe Runde werden. Okay, er geht in Condor-Position Wert ab. Und, ah, verdammte Scheiße, da hat er doch noch getroffen. Und Schussgewehren sind immer unfair, aber was will man machen? Das ist jetzt hart. Markus muss eine Niederlage, kann eine weitere Niederlage nicht einstecken. Er muss diesen Kampf gewinnen, sonst ist er keine Runde weiter und er kommt ins Viertelfinale nicht. Tolles Deutsch. Er kommt ins Viertelfinale nicht. Er kommt wieder mit einem Golbschläger und voll in die Eier. Jawohl. Oh nein, jetzt sind beide betäubt. Die HPs scheinen ziemlich wenig. Er hat es geschafft und er ist drin. Tor! Ich dachte nicht, es wäre möglich, dass du dich nicht mehr fühlst. Schweine bei meinen Keulen. Und eine neue Blicke, schön. So. So, jetzt sind wir hier im Hinterzimmer. Ja. Das war doch jetzt mal ein cooles Finale, oder? Endlich einmal. Elgor ist der wahre Endgegner eigentlich in Sauspark. Jetzt haben wir jeden Gegner neutralisiert, der uns auf den Sack gegangen ist. Und damit sagen wir Auf Wiedersehen. Gehen wir zurück ins Studio. Auf Wiedersehen. Tschüss. Hm. Gut gemacht. Captain Pommes Kondom. Hallo.